Gibt es einen Rund? Hast du noch Wasser? Ja, Wasser reicht ja auch. Die ist, glaube ich, mehr als trinken. Ach, hast du das gemacht? Ein Häufchen oder so? Ja. Löwe. Ja, ich habe gerade den Internet reingekommen. Ist das das Problem? Dann müssen wir mit deinem Vorgesetzten reden. Ich habe mir am Schrank weh getan. Ich bin zu blöd dafür. Jetzt spiele ich euch ja hin. Und der Lämmische Leute zu mir. Wenn ich dich beim Essen störe, sagt Bescheid. Geht's dir gut? Ähm. Ähm. Die ist einfach ruhig, danke. Die ist vielleicht mal lautlos gestellt. Also würde ich Abbast ein oder? Still gut. ăr